Hallo ihr Lieben, ich lade euch jetzt ein mit mir ein wunderschönes Heilmantra zu singen, das Ramadasa von Snatham Kaur. Ich denke Heilung können wir jetzt gerade alle gebrauchen, jeder einzelne von uns, die gesamte Erde und wenn du möchtest, kannst du wirklich auch während du dieses Mantra mit mir singst, jemand gedanklich einladen, der gerade sehr viel Heilung braucht. Du darfst gerne die Arme zur Seite nehmen mit den Handflächen nach oben, also so, dass deine Oberarme gegen deine Flanken, gegen deinen Brustkorb drücken, so dass von oben diese Heilenergie in dich hineinfließen kann. Wenn du das irgendwann nicht mehr halten kannst, himmst du deine Hände vor dein Herz. Der Text, ganz einfach, Ramadasa, sa-si-so-han. Du kannst auch gerne erstmal die Hunde zuhören und dann einsetzen, wenn es für dich passt. Ramadasa, sa-si-so-han. 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 Ramadasa, sa-si-so-han.